Jetzt wird's ganz gefährlich und zwar für den Nice-Clan und hallo und herzlich willkommen zu Let's Rape Our Enemies Black Ops 2 Style mit Jay und Pete und wir haben unsere nächsten Opfer gefunden, die wir jetzt auf Overflow richtig im Team Death Match rapen werden, also unser Ziel ist natürlich dann mal wieder vor der Zeit auszumachen und naja, das übliche halt, wa? Aber die können auch halt gerade nix. Boah, kommt da Wasser runter aus dem Himmel, mein Gott ey. Ja, man muss sagen, der Volker vom Himmel fließt das beeindruckend als unsere Gegner, aber die können auch nix. Ja, das stimmt allerdings. Ist das krass, wie sie wieder trichtet. So, los geht's. Na, ihr merkt schon, ey, Peter ist echt faszinierter von dem Regen als von dem Spiel hier. Ja, das hier ist doch so, das ist absolute Entspannung gerade einfach nur, reine Entspannung. Und das ist wie, als wenn man bei League of Legends Supporter spielt. Gegen die Leute hier zocken. Kann ich nicht sagen, ehrlich gesagt. Aber Dennis weiß das. Das stimmt, teilweise schon. Die Gegner haben am Anfang immer so ein bisschen afghanisch, das Gefühl. Erstmal ihn gemessert. Ach ja, jetzt müssen wir ja gar nicht irgendwie zu welchen Stellungen laufen, ne? Ja, einfach mehr. Oh, dann geht nix weg. Wir haben den Vorteil errungen. Ah, wir sind erst, da hätte das gedacht. Das kann man jetzt überraschend. Das sind die Bobbys. Oh mein Gott, dieses Überhebliche. Sehr schön. Du hast noch nicht so häufig mit uns Black Ops 2 Multiteam gespielt. Kann das sein? Ne, ne. Ja, das ist ja auch so ein Premium Game, ey. Da könnte ich nicht genug von kriegen. Ich verstehe das gar nicht, wieso er mich nie einladet, ey. Bin voll sauer auf euch. Jetzt macht doch das Spiel nicht fertig, ey. Echtmal, ich find das Spiel jetzt auch nicht so gut. Ich mach lieber die Spieler fertig. Ja, okay. Feige Stück Code, ey. Mein Gott, wenn zwei die Spieler schon fertig machen, kann ich aber auch mal das Spiel fertig machen, oder? Mach die Spieler nicht fertig. Nö, nö, nö. Die können einfach nur nix. Da können wir nix weg. Wo ist da hinten was? Da, AFK stehen sie rum, ey. Ohne Scheiß, spielen die alle mit Controller, oder was? Haha, das wär auch geil. Ohne Scheiß, lass mal alle Controller machen und dann let's rape our enemies with Controllers. Special Edition. Das wär echt mal spannend. Das könnte das sogar mal knapp werden, wenn wir die mit Controller hier zocken. Ja, tu mal bitte dein Mikrofon ein kleines Stückchen weg. Oh, Nico. Ja, von deinem Mund. Mund! Du übersteuerst. Erstmal schreien. Immer ne gute Idee. Ja. Okay. Was, ich übersteuer? Ich wusste nicht, dass ich überhaupt annähernd übersteuer. Echt. Immer noch? Weiß ich nicht. Du grad brüllst du nicht. Ich hab doch gerade schon gebrüllt in der letzten Aufnahme. Ja. Da hast du auch schon übersteuert. Aha. Aha. Ja. Aber wie ihr wisst, das ist alles viel interessanter, als wir gegen diese Bobby gehen, als wir spielen die alle nix können. Haha. Aber ihr seid so schlecht, Leute. Ohne Scheiß. Wie man in manchen Situationen einfach echt platt machte. In manchen Situationen. Ja, weißt du, wo man eigentlich deutlich unterlegen ist. Und wenn wir jetzt gegen einen, wenn ich jetzt gegen einen von euch gespielt wäre, hätte dann wüsste ich, okay, ich würde sterben. Ja, weil man irgendwie gefehlt hat. Man kann halt sagen, leider sind wir der FC Bayern des Black Ops. Zwei Styles, oder? Das ist doch für Dortmund. Naja. Das ist traurig. Traurigerweise. Muss ja auch den, 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 weiten Augenblick. Ich weiss echt nicht, was die immer den ganzen Tag alle machen. Ich glaube, ich stelle mich AFK in der Ecke und erst mal in den 5 Minuten Terrene weiter. So. Kommt doch hier auf. Alter, da sind viele Gegner. Hä? Wir sind hinten in so ner Ecke. Oh, bist du schlecht, Junge. In welcher Ecke? Ja, da, wo einer von... Was? Hinter dir! Genau. Denn später, keine Schwäche hier. Alles gut. Ich muss schon sagen, das ist noch relativ knapp mit unserem Ergebnis. Oh ja. So ein bisschen anstrengend. Ohne Scheiß. Ich weiss gar nicht, ich glaube ich ist 75. Oh lol. Hammer geil. Der schießt noch schlechter als ich. Oh mein Gott. Nein. Boah. Ja und der mit der schlechtesten KD, das macht mich grad ein bisschen traurig, muss ich sagen. Da muss ich aber was ändern. Jetzt glaube ich, die schlechteste Winger hat nochmal gestorben. Meint ihr, äh, beispielsweise solche Leute wie Elotricks würden uns halt platt machen mit Controller? Never ever. Quatsch. Außen spielt Elotricks ja nicht alleine. Ja, richtig. Meint ihr, der spielt die selber? Das auf jeden Fall. Also das glaube ich schon. Der hätte sein Clan-Team. Ich meine, das ist bestimmt ganz gut. Ja, da stimme ich zu. Aber. Oh, ein bisschen Flash. Wir haben doch ja auch unseren Bro Clan. Ja, wir sind ESL Pro Series am Start. Oh ja. Ich glaube, wenn wir ESL spielen würden, würden wir Hardware gefickt werden. Ja, auf jeden Fall. Wie unkoordiniert durch die Gegend laufen. Ja, wow. Wir spielen ja auch so häufig das Ding. Das Spiel. Oh. Ich glaube, bei MW2 wäre das schon wieder anders. Soll ich mich ja schon schämen. Ich habe unter einer Zweifel. Weiß ich nicht. Die ganzen Waffen, die wir bei MW2 spielen, sind ja verboten in Israel. Ja, da war ja was. Ja, da war ja was. Ja, wir gewinnen diesen Kampf, hätte ich das gedacht. Das kommt schon über was nicht. Das sieht auf jeden Fall aus, als ob wir wieder die Doppelpunktszahl hätten. Gerade zumindest. Richtig, von den Teams zusammen, darum geht's ja viel nach. Ja, ja. Ja, dann sind wir schlechter. hinter der einen von euch da bin ich schon wieder gestorben ich finde nicht es weg von hinten leute die mit schalter verspüren die map ist ganz schön wichtig da klaut er mir mein kill rechnen wir dich mal hinter dir was sagst du wo habe ich denn keine zweier kannte 6 20 7 17 6 3 alle können die nix haben hier 52 punkte gegen 75 von der zeit ist unser ding vielen dank für zuschauen kurze runde natürlich aber wenn wir gegner hätten wird es ja länger dauern aber haben wir leider nicht deswegen schaltet morgen wieder ein wenn ihr eine kurze knackige runde haben wollt in dem unsere geht nach richtig hat einen arsch bumsen und damit verabschieden wir uns